Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Sticks. Ja, diesen Tod, das ging nicht anders. Ich kam, käme mir so nicht vorbei durch den Bug, den er hatte. Er scheint einfach noch auf der Lauer zu sein. Den krieg ich jetzt nicht einfach so. Mir nichts, dir nichts umgehauen. Ist natürlich blöd jetzt. Tja, was machen ihn jetzt? Einfach so. Wenn es nicht anders geht. Oh Gott, er hat mich gesehen. Zumindest ein Janker ist. Langsam, wenn ich nicht weiß, was da hinten ist, aber ich muss eh hier hoch. Oh, mein Kopf. Holy shit, dieser verdammte Hände wird nicht weg. Es ist weg, wie ein neues Hörsbett auf Payday. Ich kann nicht denken. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Hat jemand da? Hey, ich denke, ich habe etwas verstanden. Schnell! Leise! Oh Gott! Da ist Gudebert! Den soll ich ja töten! Das Messer wäre kein Problem, jetzt muss ich an ihn ran! Psst! Hey, Gudebert! Ich habe jetzt eine Woche erwartet. Es kommt! Sei patient! Morgen ohne Fehler! Ich habe die Gäste! Du besser, Gudebert! Du besser! Verdammt! Oh! Scheiße! Gut, er geht weg! Wo ist denn Gudebert, Dipsen? Da ist Gudebert! Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwo auftauchen! Aber er kommt nicht! Gotti! Gotti Birdie! Wenn ich jetzt rausgehe, um zu gucken... Jetzt kommt er! Ja, er kommt ja rein! Jetzt kommt er. Okay. 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 Hier geht's! Hier geht's! Einen Troublemaker weniger! Ich muss nur aus dem Körper rausgehen! Hm... Hmm... Do I throw it in the vacuum? Or do I put it in the closet? Moment! Ja... Hahaha! Das ist jetzt die Frage! Warum kann ich denn nicht hier rein stopfen? Warte! Warte! Ich lösche erstmal das Licht! Guck ich hier sonst noch jemals! Ich hab keinen Sand mehr! Ich kann ihn gar nicht runter schmeißen! Ich kann ihn gar nicht runter schmeißen! Ich kann ihn gar nicht runter schmeißen! Da sieht mich keiner! Okay... Boah, ich dachte da steht grad jemand, aber das ist ja wo die... Oh man, oh man, oh man! Nein! Mann! Äh, kann ich jetzt nicht mehr nehmen? Oh ne! Oh nein! Oh nein! So... Kann ich da werfen! Die kamen nämlich nicht runter! Das wäre toll wenn da so ein Bug jetzt hier alles äh... Für die Katz wäre! Die kann ich mir verstecken jetzt mit dem Teil! So! Plus 30 FP! Super! Und er hat gespeichert! Was nehme? Ah, Sand! Haha, coole Sache! Eklig! Für ihn! Gut für uns! Gut für uns! Kommt oder fährt grad ein Schiff! Seseldlegen... Was sind jetzt mal weg? Ja! Scheiße Ja, Monster War das ja gar nicht So, hehehe Oh Gott Es ging ein bisschen nach hinten los, aber Es ist ja dennoch relativ gut ausgegangen Guck mal, die Leichen liegen auch gut, die entdeckt keiner Zumindest sind sie da hinten nicht Die beiden Knüppel Botschaft zur Botschaft Alles klar Naja, wenn ich jetzt die Tüte weg Ich weiß nicht, ob der da hinten wach wird Aha, guck mal Aber erstmal ausmachen Sicher, sicher Wurfmesser Und das Teil 2 von 10 Gut, gut Gehen wir mal hier rein und gucken, was auf uns zukommt Äh Hehehehehe Nein Warum hab ich das nicht vorher gesehen Naja Egal, jetzt sind wir hier Stolz Oh oh Oh, der guckt genau hierher Nicht gut Seien gerade weg Oh Gott Und ich hier mittendrin Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wer wo lang läuft Glück gehabt Da vorne stehen wir glaube ich ziemlich ungut Oh, ich muss auch noch genau da hinten hin Oder hier oben Oder hier oben Dann habe ich hier zwei Möglichkeiten Ich muss da hinten lang Scheiße Wie komme ich denn da hin? Oh 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 Äußerlich Nein Gut Er ist jetzt gerade gefangen Oh 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 Nein Nein Hehehehehe Hey Leute Mann Gegenstand kann jetzt nicht genutzt werden Wieso? Weil ich gedruckte hier eine Kanalisation machen Tatsächlich Tatsächlich Aha Muss jetzt nach oben Er kotzt auch Was ist denn hier los? Muss natürlich genau hier lang kommen oder was? Ja Oh Was macht der denn? Ist der nur hier im Kreis unterwegs? Ah So schwer Da kommt der, wisst ihr? Ich glaube, den sollte ich töten. Geh. Kann ich den hier drinnen verstecken? Nö. Wie legen wir ihn hier hin? Hier wird er, glaube ich, nicht so schnell gesehen. Ganz vorsichtig. Nichts überstürzen. Geh. Mann, Mann, Mann. Jetzt schläft der. Jetzt noch keine Goldharztränke mehr. Geh. Hm? Geh. 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 Oh, here we go again. Oh. Hahaha. Jetzt gehen sie beide hoch, das ist gut. Wer ist jetzt da? Hm. So. Hier haben wir aufgeräumt, Freunde. Ich lösche hier unten vorsichtshalber mal alles. Ich weiß ja nicht, wann ich mich wohin zurückziehen muss. Da möchte ich nicht unbedingt in beleuchteten Bereich verschwinden müssen. Jetzt können wir unseren Sand auffüllen. Da sind die beiden. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Dumm. Ja. Ist das ein Fertig? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. stand ich da drin. Vielleicht habe ich wieder keinen Gang übersehen. Müssen wir mal schauen beim nächsten Mal. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es bleibt spannend bei Dix auf dem Weg zur Botschaft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.